Also wie man sieht, bin ich nicht mehr der jungen Generation angehörig, sondern habe eine ganz lange Erfahrung im Schulbereich, zuerst als Volksschullehrer, Hauptschullehrer und dann sehr viele Jahre in der Lehrerbildung. Also nach 43 Jahren bin ich vor sechs Jahren in den Ruhestand getreten und seither mache ich Bildungsprojekte in Afrika mit digitalen Medien. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Ich habe erst als 40-Jährige in Erfahrung gebracht, wie Computer funktionieren. Es hat mich von dem Augenblick an fasziniert und ich habe versucht, das in den Bildungsbereich zu integrieren in meiner Laufbahn als Lehrerbildnerin. Ich mache mir Sorgen, dass wir in Österreich immer einen größeren Abstand gewinnen zu der Welt, die erst viel später in die Digitalisierung eingestiegen ist. In dem österreichischen Bildungswesen hat die Bedeutung der modernen digitalen Medien noch immer eine sehr geringe Rolle. Es wird sehr viel darüber geredet, sehr viel Organisation geredet, aber ich glaube, wir verlieren den Anschluss. Es gibt dazu eine Geschichte, eine ganz lustige Geschichte, die auch jetzt schon wieder mehr als 15 Jahre zurückliegt. Als man in Österreich gedacht hat, dass alles, was mit Computern zu tun hat, unbrauchbar ist in der Volksschule, haben mir meine Studenten gezeigt, dass man mit Excel Statistiken mit Volksschülern machen kann. Und die haben sich zum Beispiel über Zahnbehandlungen, wie oft Kinder Zahnbehandlungen haben, geteilt nach Buben und Mädchen. Das sind Diagrammen dargestellt. Das hat mich fasziniert, weil ich weiß, dass junge Leute einen ganz anderen Zugang zu den Medien haben als oft Lehrende und vor allem ältere Lehrende. Die Gesellschaft verändert sich sehr stark und die, die jetzt in unserem Bildungsbereich sind, die Jugendlichen, werden in ihrer späteren Laufbahn sehr viel mehr mit der Digitalisierung zu tun haben und diese kritisch nutzen müssen, aber auch in der Produktion mitarbeiten. Und das ist etwas, was mir bei uns viel zu kurz kommt. Ich würde gerne dann ein paar Beispiele bringen, wie wir diese oder wie ich diese Problematik zum Beispiel in einem Entwicklungsland gelöst habe. Meine Erfahrungen, die ich zuerst in meiner Laufbahn als Lehrerbilderin gemacht habe, wo mir sehr oft von der Institution gesagt wurde, das brauchen wir nicht, das ist für uns nicht notwendig. Und die Erfahrungen, die ich dann praktisch in Schulen in afrikanischen Ländern gemacht habe, wo wir versucht haben, eben mit den zurzeit zur Verfügung stehenden digitalen Medien etwas im Bildungsbereich zu verbessern und zu verändern. In den Entwicklungsländern ist der große Unterschied, dass die keine Computer-Ära mit einem Computerraum in der Schule jahrelang hinter sich haben. Die steigen direkt in die mobile digitale Welt ein. Und das eröffnet ganz andere Möglichkeiten. Auch wir sind mittlerweile in der mobilen digitalen Welt angelangt. Dennoch haben wir noch immer in vielen Schulen den Computerraum, in den man dann geht, wenn es vorberechnet wurde, das Thema genau ausgelotet wurde, die Zeit, der Raum reserviert wurde, rechtzeitig reserviert wurde. Und dann heißt es also jetzt etwas ganz Bestimmtes durchzuführen. Gleichzeitig haben aber die jungen Leute das Gerät, mit dem sie eigentlich fast alles machen können zum Wissenserwerb, ganz viel dazu beitragen können in der Tasche und dürfen es nicht benutzen. Ich komme jetzt zu dem Beispiel mit Afrika. Wir haben dort ein ähnliches Problem. Lehrer, die noch viel größere Ressentiments gegen moderne Medien haben und Jugendliche, die diese Smartphones in der Tasche haben und pausenlos nutzen, vielleicht nicht unbedingt zum Bildungserwerb. Daher haben wir den Vorgang gewählt, dass wir zuerst Lehrer, die interessiert waren, etwas Neues zu lernen. Das ist ganz wichtig, dass man zuerst die anspricht und nur wer wirklich will und bereit ist, in seiner Freizeit etwas zu lernen, der darf dann an so einem Kurs teilnehmen. Und damit haben wir motivierte Leute gehabt, die einmal Grundlagen, pädagogische Grundlagen für die Möglichkeit, den Unterricht durch Medien zu verbessern, zu veranschaulichen manche Dinge im Unterricht, die dafür bereit waren, das selber auszuprobieren. In einer nächsten Phase habe ich dann nach längerer Zeit, wo die Lehrer das schon ausprobiert hatten, monatelang, sie gefragt, wie wäre es denn, wenn wir die Schüler der Oberstufe dazu nehmen, ein paar. Hat es am Anfang eigentlich doch auch einige Vorbehalte gegeben. Und nachdem die Schüler dann in Teams mit den Lehrern eine Woche gearbeitet haben, waren die Lehrer darauf bestanden, nur noch in Teams mit Schülern zu arbeiten, um weiterzulernen. Und das ist der Punkt, den ich bei uns vermisse. Schüler haben oft wesentlich kreativere Ideen, kennen sich mit den technologischen Möglichkeiten, was man alles herausholen kann aus ganz einfachen Geräten, sehr gut aus. Die Lehrer haben das Fachwissen und das gemeinsam bringt ganz neue Unterrichtsoptionen. Ich habe da also die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit nutz dein Handy für Interviews zu einem bestimmten Thema. Geh hinaus und hol jetzt bestimmte Bilder herein von Pflanzen, die in der Umgebung sind, von denen du nicht weißt, wie sie heißen, wenn ich an Biologie denke. Wir schauen uns das an. Viele solcher Beispiele haben wir gefunden und die Lehrer waren auch sehr interessiert, weil es eine Erweiterung für ihre Möglichkeiten darstellt, die Ideen. Also die Vorteile sind, wenn man Jugendliche und ich denke jetzt vor allem an die in der Oberstufe, die anderen möchte ich im Moment nicht berücksichtigen, dann sollte man ihnen auch wirklich praktisch erfahren lassen, dass die Medien sehr viele Möglichkeiten haben, gerade digitale Medien mit den bildlichen Darstellungen, mit Einspielungen von Ereignissen, die vielleicht gar nicht real sind. Wenn sie das nicht im Unterricht auch mit diesen Dingen erfahren, dann werden sie sich sehr schwer tun, Reelle und Fakes zu unterscheiden, was also zu großen Problemen in der Bildung führt. Wir wissen alle Cyberbullying und so viele andere Dinge. Das ist also für mich der Worst Case. Was gut ist, ist, dass wenn wir eigene Geräte verwenden, die 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 Schüler sowieso nutzen, das heißt mit denen sie vertraut sind, oft die passen sie auch viel besser auf als Geräte, die ihnen von der Schule von irgendjemandem anderen zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine Erfahrung, die sich zum Beispiel an vielen OLPC-Projekten gezeigt hat, dass wenn das Projekt vorbei war, die Geräte nicht mehr verwendet wurden oder schnell kaputt wurden oder man hat keine Bestandteile mehr gehabt, was auch immer. Also eigene Geräte zu nutzen, verbindet die Bildung in der Schule mit der informellen Bildung. Und das ist das, was die Zukunft braucht. Es muss jeder dann, wenn er braucht, sein Wissen erweitern können. Und wenn wir das nicht im Schulbereich anregen, dann kommen die Probleme auf den Einzelnen zu, wenn er fertig ist mit seiner Bildung. Und wir dürfen nicht bloß auf die universitäre oder tertiäre Bildung schielen, wo das immer stärker eingesetzt wird. Das sind also meine Bedenken. Wenn wir da nicht sehr schnell darauf reagieren, dann verpassen wir den Anschluss. Das ist genau das Projekt, von dem ich denke, wer sich ein Notebook nicht leisten kann, der soll vielleicht eine Möglichkeit der Unterstützung bekommen, es aber trotzdem selber anschaffen dürfen. Das, was man selber hat, auf das passt man besser auf. Das hat sich in so vielen Bereichen bewährt. Notebooks sind oft sehr unpraktisch, darum werden also sehr oft Tablets verwendet. Mittlerweile gibt es ja auch schon so große Mobiltelefone und viele Jugendliche haben die, die schon fast einem kleinen Tablet entsprechen. Der Vorteil dieser Dinge ist, sie können als E-Books verwendet werden. Das heißt, man kann also Lehrmaterial wunderbar darauf lesen, weil der Screen größer ist als von einem normalen kleinen Smartphone. Es ist also vielfältig verwendet und die Jugendlichen haben diese Geräte. Nur die Verbindung herzustellen mit der Schule, der Bildung, der Ausbildung und dem, was man braucht und wie man sich eventuell weiterhelfen kann, wenn man nicht mehr in die Schule geht, mit den offenen Lernmaterialien zum Beispiel. Wenn ihnen das in der Schule nicht gezeigt wird, wenn ihnen der Zugang nicht vermittelt wird, was sie alles selber machen können, also wesentlich mehr individuell bezogen sich erlauben können, zusätzliche Ideen in den Unterricht hineinzubringen und die dann zu diskutieren, abzuwägen, dann wird das für die Jugendlichen später in der Arbeitswelt eine große Schwierigkeit darstellen. Ich weiß nicht, ob wir darüber diskutieren, weil wenn ich bedenke, wie lange es jetzt die Smartphones gibt, wie lange wir über Medienbildung in der Schule reden, die dem Stand des sozialen Lebens entsprechen und wie diese Geräte im normalen Alter genutzt werden, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es noch länger als zehn Jahre dauert, bis das eine Selbstverständlichkeit wird. Ich wünsche mir, dass diese Kombination und Kooperation zwischen Lehrern, die einer anderen Generation angehören und vielleicht ein bisschen Bedenken haben, Computer oder Computer heute eh schon fast nicht mehr, sondern vor allem Handheld-Geräte zu benutzen, dass diese Generation große Probleme hat, in ihrer Persönlichkeit als Lehrer das in den Unterricht einzubringen. Wenn die aber wirklich bereit sind, mit Schülern zu arbeiten, wo die Lehrer die Bildungsziele vor Augen haben und die Schüler die Möglichkeiten, wie man die interessanter in den Unterricht einbringen kann und gemeinsam dann verschiedene Aufgabenbereiche definieren, dann glaube ich, kann es besser werden. Das, was mir große Probleme bereitet, ist in dem Fall doch die Obligkeit, wie werden diese Möglichkeiten wirklich evaluiert. Diese Unterrichtsmethoden, für die müssen neue Evaluationsformen gefunden werden, denn nur mit Abfragen und Multiple-Choice wird das Problem nicht in den Griff zu kriegen sein. Diese Unterricht ist zu gewinnen und Untertitelung des ZDF, 2020